Hallo mein junges Kraut und Willkommen, ich sollte euch nie wieder so nennen, zu dieser neuen Folge von Master Builders. Das ist die zweite Folge Master Builders und ich werde mich heute mal nicht so dumm anstellen wie in der ersten Folge, hoffentlich. Gut, was werden wir bauen, das ist die Frage. Ich denke, wir bauen einen Leuchtturm. Was sind hier? Summer, oh, Summer, Summer, alright. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen schönen Strand. Machen wir einfach einen Strand mit ein paar Liegen. Wir können ja hier so einen See machen, gucken. Haben wir einfach einen Haufen Sand hin, dann geht das schon. So, Leute. Ich habe ja jetzt vorhin so ein Video gemacht. Oder gestern eigentlich, ja, das Video kommt morgen online. Ich habe das Video heute aufgenommen, von dem ich jetzt reden werde. Und zwar meine ich das Video, das MiningTube sucht den Superdesigner slash Intro-Asteller. So, glaube ich, heißt das Video eventuell, wenn ich es wirklich so nennen werde. Okay, naja. Ja. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr auch gerne Designs macht und alles. Das suche ich nämlich einen Designer oder einen Typ, der mir ein Intro erstellt, wie der Name schon sagen kann. Ups, habt ihr das gehört? Das war gerade eben mein Sony Vegas. Und das rendert gerade mein Video, über das ich gerade gesprochen habe. Okay. Boah, ich bin ja so gespannt, ne? Das ist eigentlich voll blöd. Ich hätte ja vielleicht so einen Pool malen sollen oder sowas. Das wäre viel einfacher gewesen. Ich wette, da mal ein paar Leute einen Pool oder sowas. Komm, jetzt muss ich ja noch eine schöne Liege bauen. Oder hier. Warte mal, dann lässt sich doch was arrangieren. So. Ja klar, hier haben wir es doch. So. Ups. Machen wir noch ein paar Details mit hin. Dann geht das schon. Ups. Machen wir hier mal... Machen wir hier mal ein paar Leute. Machen wir hier mal ein paar Leute. Okay. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wo sind die Betten? Wo sind die Betten? A bed. Warte mal, Leute. Warte mal. Oh nein, wo ist das? Ah. Hier. Okay, Leute. Passt auf. Ich habe die... Den Hit. So. Und jetzt hier. In der Mitte noch... Oh Mann, ich bin so langsam im Bauen. Ich muss mal schneller werden. So bin ich eben so langsam im Bauen, Alter. Hier, den Ringschirm oder den Ding habe ich da schon gemacht. So. Das soll jetzt einen Menschen dauerstellen. Ich weiß, das sieht man nicht wirklich. Aber... I'm human. I'm a human. So. Okay. There. I'm a human. I'm a human. I'm a human. I'm a human. Ich hoffe, das stimmt so grammatikalisch. Ähm. So. Ha. Okay. Dann bewerten wir heute mal richtig. Okay. Mal gucken, wer heute gewinnt. Hier. Äh. Sun. Das ist nicht so gut. Das sage ich mal an Mäh. Dem Ganzen gebe ich mal an Mäh, weil die Sonne ja hier im Gras quasi ist. Im Boden. Also das finde ich nicht so ganz so gut. Okay. Der hat hier auch ein bisschen so gedacht wie ich. Na gut. Eine kleine Insel. Der Stand. Der wird hier abgespült. Aber das finde ich ganz cool. Das finde ich ganz cool. Das finde ich ganz cool. Ja, Mann. Gut. Ich hoffe, ihr habt damit einverstanden. Weil ihr habt schon gemeckert in der letzten Folge. Weil ich es so schlecht bewertet habe. Also weil ich das Schlechte gut bewertet habe. Und das Gute ist schlecht. Okay. Was haben wir hier? Also die hatten alle nicht so wirklich die Ideen. Ich glaube, ich hatte da eher mehr oder bessere Ideen. Das ist eher... Mäh. Habe ich es jetzt bewertet? Nicht, ne? Oh, Mann. Oh, yeah. Oh, nein. Ist ja nicht immer meins. Das dachte ich schon, dass es meins ist. Aber es kommt ziemlich nah an meins ran. Mit diesen Liegen. Genau meine Liegen. Genau. Nice. Ich hätte auch noch Palmen bauen können. Ja, ist ein gut. Ach, habe ich es jetzt wieder? Ich bin so blöd, Alter. Okay. Hier auch wieder ein Strand. Oh, das ist auch nice. Eine gute Idee mit diesen Teppichen. Kommt dann in der nächsten Folge von Architektur. Es ist okay. Ja gut. Es ist eine Strandbar. Ja, es ist ganz okay. Ich würde sagen. Okay. Jetzt kommen hier immer mehr mit diesen Ideen. Ja. Gehe ich mal an. Amazing. Er hat auch meine Idee genommen. Ja, er hat nicht meine Idee genommen, meine ich. Aber er hat genau die gleiche Idee gehabt, wie ich. Okay. Hier. Aus der Sonne kommt Lava raus. Lava Partikel. Ist aber ein bisschen... Ja, wenig. Deswegen... Gut. Ja, ja. Gut ist schon zu viel. Ach, bin ich blöd. Es tut mir echt leid, Leute. Ich muss es ein bisschen lernen hier. So, da bin ich. Yes, I'm a human. Komm, lest es. Hey there, I'm a human. So. Ein paar Screenshots machen hier. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Mighty Tube Platz 3. Jawohl. Mann, Leute. Super. Ist ja mega. Gut. Leute, wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß, ich habe wieder verdammt schlecht bewertet. Ich hoffe, ich werde da besser bewerten. Sonst werde ich noch mehr Hate-Kommentare lesen müssen. Gut. Also, wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.